Ui Schau mal was das hier aussieht 100? Äh Iron 100 wird das By the way, wie schmelzen wir das Zeug? Können wir das überhaupt schmelzen? Wenn wir das nicht schmelzen können, haben wir ein großes Problem Wir können eigentlich zuhause einfach einen Ofen herstellen Oder haben wir jetzt keine? Cool Okay, einen Moment Wir verkaufen dich und dann Du noch Dann farmen wir eben noch jetzt Kohle und Salz Und dann geht's Und dann geht's Und dann geht's Untertitelung des ZDF, 2020 Komm schon! Oh nein, das war ein Fehler Ein ganz schön lustiger Ja, das war ein Fehler Ja, das war ein Fehler So, sehr schön Wir haben den Stack Komm nach Hause Jetzt müssen wir Öfen bauen Ich wüsste aber nicht, wohin Da brauchen wir einen Spot für Hier ist mir Hier ist mir Zehn sollten genug sein Oh Leute Haben keine Pfeile Ganz schön blöd Ganz schön blöd so so Noch mehr Redstone Achieve Minion Lover 1 Enchanted Redstone Das reicht bestimmt Wir brauchen eine Lösung Ja mit der Kohle, sonst knallt es Das ist ein dringender Notfall Wir brauchen hier Fackeln, Alter Die Spinnen machen halt den meisten Damage Das ist so schwer die zu hitten Sehr schön So, das wird erstmal gelöst Ich hoffe hier wird uns erstmal keiner nerven Sind die immer noch nicht durch? Doch Ja, was habt ihr gemacht? Oh, genau Wir entchanten nochmal kurz Der Bogen hat ja noch ein Upgrade Und zwar Power Aus Maximum Sehr schön, endlich Das hätten wir als erstes machen sollen Naja So, jetzt müssen wir Der Spitzhack zu bauen Wir hatten doch mehrere gebaut Gold Minion, sehr schön Du kommst hin 1, 2, oh Gott wie schnell Kann er das ersetzen? Kann er das ersetzen? So Sieht gut aus Mit dem Rest Können wir gar nichts anfangen Weil das viel zu wenig ist? B-U kommt hier rein? Geht das? Das sind zwei. Wir hätten sieben. Ist knapp. Ist knapp, dann können wir den upgraden wieder. Wir gehen mal raus. So, was gibt es als nächstes zu tun? Ihre Rüstung hatten wir im Kopf. Oder wir investieren jetzt mal hart in Minions und machen die erstmal alle fertig. Denn das dauert auch ein Stück, bis das mal vollbracht ist ja, das Werk. Vorher jedoch Pfeile. So, ohne Witz. Ah nee, das ist auch teuer. Das auch. Wir können halt nur einmal das kaufen. What? You need to unlock the quiver. Oh, arrow swapper. Select the arrow type you want to take priority in your quiver. Select the non left to the previous arrow, left to the next arrow. Das ist ja doch. Arrow Swapper. Das ist was anderes. Ja. Und wo ist der Quiver, Junge? Wo bringen wir den denn her? Den Quiver? Haben wir das hier verfehlt? Ah? Ne. Er hat nur bows, keinen Quiver. Schade, ey. Muss da irgendwie selber für zuständig sein, Junge. Ganz schön dumm gelaufen gerade. Jetzt haben wir auch noch diesen Schwatt gekauft. Das haben wir auch mit dabei. Oh mein. Gut, ich google mal kurz, wie man Quiver erstellt. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.